so hallo willkommen zurück zu rayman ich habe hier letztes mal aufnahmeschwierigkeiten gehabt deswegen ist es jetzt nicht drauf ist eh nichts passiert ich habe nur die letzten elektronen bekommen hier und ja 328 bekommen also es war zu wenig wir müssen davor mehr haben wir müssen auf 190 zirka kommen sowas 100 über 180 sag ich mal dann könnten wir es schaffen mit viel viel glück und näher sagen wir mit viel viel skill aber ich erinnere jetzt erstmal weil wir den letzten dings haben charakter freigespielt haben glowbox geister glowbox mal schauen vielleicht klappt es mit dem besser ich glaube es zwar nicht aber nervt mich geht es doch so ja magie der ahnen bla 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 können wir schon langsam mach mit und rein da fokus pokus fokus 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 okay immer klappt es bestimmt besser ach ne jetzt muss man immer erstmal hier durch aha das wird nicht lustig hm ich weiß nicht mehr wie viel ich hier hatte am anfang sollte ich mir mal merken das wird nicht lustig so bis jetzt habe ich ja alles noch so ist ja gut noch egal bekommt den da unten lasse ich jetzt mal außer acht einfach mach das ganze so dann schnapp ich mir die hier als erstes das herz genau deswegen 3 4 5 ab und die und schlagen sie hier durch so 3 4 5 und auch das haben wir bekommen sehr schön immerhin ein passt 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 ist okay auch die nehmen wir mit nein das habe ich den letzten nicht verdammt der eine hat gefehlt hier aber hier kriege ich alle ne auch keinen mehr alter na schauen wir mal das könnte das könnte ganz gut sein hoffe ich jetzt mal ah das war ja hier der scheiß okay ich erinnere mich 127 merken es könnte wie gesagt wieder mal ein langes hart werden so 3 4 und schnappen und durchschlagen nein scheiße auf die zwei von denen den einschleich durch dann nehme ich die okay ich brauche eine taktik dafür wir fehlen ja jetzt schon wieder viel zu viel eigentlich glaube ich 1 2 3 4 5 und sterben 1 2 3 4 5 scheiße 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 scheiße oh gott oh gott oh gott wenn das level mal vorbei wäre wäre super 1 2 3 4 und schnappen so euch nehme ich schnell durch dich nehmen wir noch mit und so 1 2 3 4 5 langsam da durchgehen ernsthaft habe ich jetzt nur 160 hier ja habe ich okay 127 ist also viel zu wenig dann wissen wir es ja jetzt lass mich da durch ihr deppen oh je es war weniger als letztes mal sogar einer schlägt mich immer noch haha ich habe ihn getötet ich habe den typ getötet oh gott da nicht reingehen das war mal fail naja versuchen wir es nochmal also wie gesagt langer part nervig bescheuert ätzend okay so wo geht es los naja erstmal hier wieder durch oh ne echt nicht kann man hier nicht ein safe state so setzen dann wäre das ganze einfacher so dann nehmen wir uns das noch alles mitnehmen hier wie gesagt und euch auch natürlich genauso wie das so so okay das sieht doch schon mal ganz nett aus hier und 1 2 3 4 5 nein lass mal sein aber fail das level macht mich echt fertig leute naja wenn wir das haben, haben wir es bald geschafft da haben wir dann das spiel durch da freue ich mich schon drauf unten muss ich hin können wir eigentlich das gleich nehmen einsammeln und schuss na ich bin auch so ein idiot ja fail da muss ich sterben ich darf hier keine 5 vergessen ich darf hier nicht vergessen wenn ich die zerstöre kommen die schüsse raus wenn es ne langweil einfach vorspulen bis kurz vor Ende dann sieht man, dass wie ich erfolgreich bin hoffe ich ich werde hier jetzt ganz sicher nicht aufgeben aufgeben ist für Weicheier so jetzt habe ich 3 vergessen eigentlich scheiße und durch 1 2 3 5 1 2 3 4 5 da hatte ich 83 für letztes Mal also von dem her muss ich da echt besser durchkommen ich muss mit 150 hinkommen dann habe ich eine Chance das ist jetzt alles nur eine Frage der Zeit wenn ich es jetzt alles hintereinander schaffe ohne zu äh failen schnapp uns den taun uns hier durch schnappen uns den und taun ihn da durch schnappen uns den perfekt jetzt habe ich bis jetzt habe ich alles und dann hier als nächstes die hier ich bin so alter das gibt es doch nicht ernsthaft jetzt fail wieder nur 72 es ist unfassbar unfassbar schwer ich spiele das selber mal oder ich bin einfach nur unfassbar schlecht aber ich glaube echt dass es schwer ist an anderen level war ich auch ganz okay ne sammeln schießen sammeln schießen sammeln schießen sammeln okay bis hierhin klappt es ja bis jetzt eigentlich klappt es ernsthaft so muss ja auch alles sammeln so hier die müssen da durch unbedingt eins zwei drei ja ich habe sie noch bekommen boah hilfe sehr schön perfekt die muss ich jetzt auch noch bekommen die muss ich jetzt noch bekommen ja sind 148 das ist gut das ist gut es sieht sehr gut aus gerade ganz okay echt jetzt wirklich drei vier den schnappen wir uns dann kam hier einer dann kam hier die dinger die muss ich nehmen ich muss doch das könnte es echt werden jetzt ist echt okay eigentlich eins zwei drei vier fünf und dann nehmen wir lieber die mit so drei vier fünf die nehmen wir auch mit natürlich und den da so die fünf müssen wir noch nehmen 181 fünf mehr als letztes mal jetzt muss ich hier aber echt mehr als perfekt durchkommen war nicht war nicht sind sieben mehr als letztes mal hier nicht erwischt ja nicht erwischt fail so jetzt sind wir wieder hier angelangt wehe das spiel kack mir jetzt wieder ab viel zu lang brauche ich immer spiel ich warne dich ich warne dich jetzt 1 2 3 4 5 nein jetzt habe ich den last nicht bekommen muss ich auf 258 kommen und dann sieben mehr ich muss jetzt erst mal wieder reinkommen und ob ihr euch echt alles mitnehmen könnt jetzt 3 4 5 und bekommt sächeln ich habe noch das herz das heißt hier gibt es auch noch mal fünf hatte ich das vorher nicht nicht letztes mal wo kommt sie da kommt sie das war das herz wow herz 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 hier runter kommen hier runter kommen ich habe 300 ich habe 300 fail ach da muss ich den saugen unterschießen dann gibt es noch mal boah hm 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 ok ok hier muss ich aber auch die 10 bekommen sonst wird das nix hier muss ich den muss ich bekommen es kann es sich nur noch um stunden handeln wirklich 1, 2, 3, 4, 5, ah, fail. Das war zu früh wieder. Jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, ah, fail. Wenn das nicht so schwer wäre. Aber hier kriege ich einfach gleich mal 60 Dinge oder so. Oh, jetzt war ich zu lahm. Ich leg mich mal hin. So. Ich krieg's nicht, geht's halt raus, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, wir kommen. Schnell da runter, schnell da rüber, schnell da runter. Und die hier machen wir auch schnell. Wenn ich das Herz behalte, ist okay. Dafür. Den aber noch mitnehmen. Okay. Hab's Herz dafür behalten, ist auch okay. 2, 3, 4, und 5. Und jetzt, komm her. Komm her, kommt her, kommt her. Ich brauch euch. Ja, ich brauch. 30 noch. 20 noch, meine ich. 1, 2, 3, 4, 5. Ich muss alle bekommen. 1, 2, 3, 4, 5. Da unten. 1, 2, 3, 4, 5. Es gibt keine mehr. Nein, ich muss sterben, ich muss sterben. Ich muss sterben. Ich muss sterben. Ich muss doch sterben. Ne. Ne. Ich spiel. Ich spiel. Nein. Ich bin so ein Idiot. Hätte ich die zweiten 5 dann noch bekommen, hätte ich 355 und ich hätte es geschafft. Es ist locker möglich. Ne, wir machen das jetzt in dem Part durch. Und wenn einer Jahre dauert. Ja, komm, mach. 5 verdammte Dinger fehlen mir. Ernsthaft. Kannst du nicht sein. Mann, das ist doch nicht wahr. So, nochmal. Ach, Schlöcher. Sorry. Hm, das ist aber gerade ein bisschen sehr nervig. Da halt's euch mal. Ich will Fußball schauen heute noch. Ich will es auch davon noch fertig kriegen, das Spiel. Blablabla, aus dem Weg. Moment mal, ich hab ne. Idee. Ich hab' eigentlich ne Idee. Hätte ich das gemacht, hätte ich die 5 Dinger vielleicht gehabt. Die letzten 5. Vielleicht hat mir die noch nicht gefehlt. Habe ich das Herz jetzt eigentlich? Ne, das hab' ich ja gar nicht jetzt. Fail. Dann holen wir's uns hier. Wo ist uns hier? Ersten Level. 30 Frames, juhu, super. Wen freut das nicht? Auf geht's. Ach, das war noch schöne Gegner. Ach, ist das schön, wenn man so durchrushen kann durch ein Level. Ich muss das Herz behalten. Was war der Sinn von dem Level? Okay. Haben wir's doch schon. So, 34 Jahre ist jetzt nicht so viel, aber wollte ich ja nicht. Juhu. Sammeln Herz. Launische Wolken, Ritt auf dem Sturm, auf geht's. Mit Herz. Die Attacke ist ja geil. Und unten ist da gleich X drücken, jetzt hab' ich sie erst verstanden. Uh. Und X. Juhu. Magie der Ahnen, Eile herbei und diesen Weg übungsfrei her, wie oft noch. Und rein da. Juhu. Gleich Hammers. Gleich Hammers, gleich Hammers. Okay, neuer Versuch. Es hätte gereicht, die 183 hätten locker gereicht. Sogar mehr als gut. Oh, ich konnte mich nicht mehr umbringen, das war bitter. Da haben wir schon mal jetzt die 5, nämlich noch mal bekommen, was wir davor nicht hatten. Das war der Sinn davon, dass ich das Herz geholt hab. Das nützt aber nichts, weil man es danach verliert. Hm. Allzu wieder umbringen lassen. Ja, ja. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Alter. Jetzt bin ich froh, wenn ich das Level durch hab. Und dann fehlt immer noch ein... Ähm. Part. Noch so ein Level, meine ich. So. Und durch damit. Und durch damit. Und dich nehmen wir auch noch. Okay. Nehmen wir das so. 3, 4, 5. So. Passt voll. Okay. Ich brauch den, ich brauch den da. Ja. Weg da, weg da. 4, 5. Nein. Schade. War aber ganz gut. Ich glaub jetzt langsam hab ich das Level auch raus. Langsam kann ich es auswendig. Ich kann es, glaub ich, eh schon auswendig. Glowbox, du bist verrückt. Siehst verrückt aus. Okay. Weiter geht's. Und tot. Und die nächsten. Immer das schön einsammeln hier. Lass mich durch. So, und ihr kriegt auch noch einen ab. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wie soll ich die jetzt erwischen noch weiter? So, okay. So geht's natürlich. Ja, und dann hätte ich die Last zu haben. Und die muss ich auch erwischen. Oh, fail. Die werden auch lustig danach. Keine Ahnung. Wie soll ich es nicht geschafft davor? Das ärgert mich jetzt. 3, da muss ich 3, 35 dann haben. Das klappt. Alles klar. Konzentriere mich jetzt mal. Also jetzt, ich konzentriere mich die ganze Zeit, aber... Jetzt will ich es schaffen, so richtig. Hier am Anfang ist es noch rein, vor dem kriege ich jetzt mal hin. Oh, so. Perfekt. Perfekt, da. Bis hierher. Bis hier ist es ganz überhaupt kein Problem. Lass mich da durch. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, oh. Und hier noch. 1, 2, 3, 4, 5. Ihr geht hier durch. Und dann nehmt ihr euch. Immerhin 1, immerhin 1, immerhin 1, immerhin 1, immerhin 1. Hier durch. Hier durch. Okay. Die müssen wir bekommen, die müssen wir bekommen, die müssen wir bekommen. Immerhin die unten, immerhin die unten, immerhin die unten, immerhin die, nein, 148 nur. Reicht das? Egal, vorher habe ich nur eins bekommen. Und ich habe es jetzt noch. Das hatte ich vorher auch nicht. Ja, ich glaube, ich schaffe es da locker auf die... drauf zu kommen. Ja doch, da komme ich locker auf die 183 wieder. Okay, jetzt müsste es passen. Nee, der Abteil ist das ja nicht so schwer. So, 3, 4, sammeln. Und dadurch. Die sammeln wir und dann noch hier durch. 4, 5. Die nehmen wir. Die lassen wir jetzt mal ganz einfach in Ruhe. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich habe es jetzt auch noch. Sogar, naja, einer weniger. Das ist jetzt nicht so das Problem. Komme ich genau auf. Hä? Das habe ich nicht verstanden. Ah, Entschuldigung. 1, 2, 3, 4, 5. Und den Hammer. Wie viel müssen es sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Wow, Hilfe. Ich weiß echt nicht, wie viel es sein müssen. Hier müssen gerade 35 dann sein. Ja. Fail. Mal 86, dann 60 dazuzählen. Nee, 70 sogar. Nee, die lassen wir nicht bekommen. Müssen 61 sein, ja. Okay, alles klar. Jetzt was für 61. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich verstehe mich so. 61. Jetzt kriege ich da 5 auf einmal nur. Jetzt. 1, 2, 4, 5. Da habe ich einfach die Hand dann noch die 10 halt dazu. Das ist mysteriös. 1, 2, 3, 4, 5. Und den nehmen wir und den auch. 61. Passt. Jetzt machen wir es. So, jetzt habe ich es im Blut. Jetzt wird es was. 4, 5. Fail. Jetzt schon das Herz verloren. Das ist bitter. Und eigentlich nicht gut. Da ist es wieder. Hier, warte mal. Ah, ja. Ich habe ihn, ich habe ihn. Ich habe sie. Ich habe sie. Ich habe die 335. Okay, ich muss jetzt nur noch. Nur noch hier 2 schaffen. 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre es. Das war es. Das war es. Ich habe da nicht genug gerade zum Durchhalten. Das ist das Bittere. 4, 5. Hilfe. Hilfe. Nein, ich habe wieder das Herz verloren. Okay. Hier runter. Die nehmen wir mit. 1, 2. Ja, haben wir alle. Oh. Okay. Jetzt warten wir. Warten wir. Warten und schießen. Und nehmen. Immer noch 2. Trotzdem. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, aber ich habe es jetzt auch noch. Egal, scheiß drauf. Nehmen die nächsten 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe alle. Ich muss nur noch den Raketen hier ausweichen. Und ins Ziel kommen. Das war mal wieder ein Kampf. Ehrlich? Ne. Puh, geschafft. Ach, dummes. Dummes Spiel. So. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ciao.